Die designierte Wiener Vizebürgermeisterin und Parteichefin der Wiener Grünen ist nun zu Gast bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Birgit Hebern. Schönen guten Abend. Frau Hebern, Sie sind seit fast zehn Jahren Sozial- und Sicherheitssprecherin der Grünen. Nun werden Sie Planungsstadträtin. Mit den Themen Verkehrsplanung und Stadtplanung haben Sie sich bisher nie beschäftigt. Warum trauen Sie sich dieses Amt zu? Naja, Stadt zu gestalten heißt ja für Menschen Politik zu machen. Und ich werde das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt meiner Politik stellen. Und alle Maßnahmen, die ich zu verantworten habe, unter diesem Blickwinkel sehen, das sind wir unserer nächsten Generation einfach schuldig. Aber ein ganz wichtiges Thema da ist der Verkehr. Die Wiener Grünen haben Radwege gebaut, Autofahrer sekiert und dennoch ist der Anteil des Radverkehrs in Wien von gerade mal fünf auf sieben Prozent gestiegen. Maria Vasilakow hat das nicht geschafft. Warum trauen Sie sich zu, dass Sie das schaffen, nämlich den Radverkehr in Wien deutlich erhöhen? Das, was Maria Vasilakow geschaffen hat, ist das 365-Euro-Ticket einmal in Europa. So ein öffentlicher Verkehr, nicht Radverkehr. Ja, auch das ist wichtig, weil wir wollen ja Alternativen anbieten. Natürlich wird der Radverkehr ausgebaut werden. Ich bin Sommer-wie-Winterradlerin, aber die eigentliche Aufgabe, die ich habe, ist den Wiener und Wienerinnen Alternativen anzubieten, öffentlicher Verkehr auszubauen und noch einmal Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen. Denken Sie an die enorme Hitze jetzt im Juni. Wir müssen die Stadt abkühlen. Das sehe ich als meine primäre Aufgabe. Und da zählt natürlich auch der Verkehr dazu. CO2-Ausstoß 40 Prozent. Aber das Ziel war, den Radverkehr zu verdoppeln. Das hat man nicht geschafft. Das Ziel war, den Autoverkehr zumindest um ein Viertel zu reduzieren. Das hat man nicht geschafft. Der ist sogar gestiegen vom vorletzten Jahr auf das letzte Jahr. Wie wollen Sie das ganz konkret ändern? Noch einmal, Wien ist die lebenswerteste Stadt. Wir haben über 800.000 Tickets jetzt, 365-Euro-Tickets. Das ist bitteschön schon einmalig. Und den Menschen Alternativen anzubieten, sei es Carsharing, sei es öffentlicher Verkehr, das ist schon meine Aufgabe. Und das werde ich tun. Aber all diese Alternativen gibt es ja schon, Carsharing, öffentlichen Verkehr. Und dennoch fahren die Wiener lieber mit dem Auto als noch im Jahr davor. Wien wächst auch, das dürfen Sie nicht vergessen. Und in den Außenbezirken muss man einiges nachholen und hier den öffentlichen Verkehr ausbauen. Das werde ich tun. Sie wollen eine City-Maut, allerdings keine andere Partei. Wie wollen Sie das denn durchsetzen? Naja, wir haben über 250.000 Pendler, Pendlerinnen, die da tagtäglich nach Wien rein stauen. Das ist ja für die Leute nicht angenehm. Und schon gar nicht für die Wiener und Wienerinnen. Und da müssen wir ernsthaft überlegen, gerade angesichts der Klimakrise, ob es nicht Alternativen gibt, ob man nicht ein Umlandticket macht. Jawohl, das Thema müssen wir ernst nehmen. Und hier werde ich mit Niederösterreich und Burgenland selbstverständlich Gespräche führen. Sie betonen naturgemäß das Thema Klima sehr stark. Wollen Wien zur Klimahauptstadt Europas machen. Aber selbst nach vielen Jahren grüner Regierungsbeteiligung in Wien ist der Anteil Wiens am Ausstoß der Treibhausgase in ganz Österreich gleich geblieben. Nämlich exakt 13 Prozent. Warum führt denn eine grüne Regierungsbeteiligung nicht zu einer stärkeren CO2-Reduktion? Wien hat den geringsten CO2-Ausstoß von allen Bundesländern. Und ja, wir werden uns jetzt nicht zurücklehnen. Das ist überhaupt keine Frage. Und noch einmal Klimaschutz, die Klimakrise ernst nehmen. Denken Sie an die alten Leute, die nicht einmal mehr aus dem Haus gehen, weil es so heiß ist. Auch Einsamkeit ist ein Thema. Das heißt, hier herzugehen und die Stadt abzukühlen, Schattenbäume zu schaffen, Brunnen, Bänke zum Verweilen. Das wird tatsächlich meine Aufgabe sein. Und ich freue mich auch darauf. Aber der Anteil des CO2-Ausstoßes in Wien ist nicht viel stärker gesunken als in den anderen Bundesländern. Der Anteil Wiens an den Treibhausgasemissionen ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern gleich geblieben. Machen die Grünen keine bessere Klimapolitik als die anderen Parteien? Schauen Sie, Wien ist die lebenswerteste Stadt. Und da hat sicher die Mobilität eine entscheidende Rolle. Und jetzt investieren wir immer mehr in erneuerbare Energien. Und wir investieren immer mehr in Alternativen. Wir haben gerade mit dem Herrn Bürgermeister die neue Smart City-Strategie vorgestellt. Das heißt, null CO2, null CO2 bis 2050 aus keinem Auspuff mehr CO2. Das ist ein guter Schritt und den werden wir jetzt gemeinsam umsetzen. Gemeinderat Martin Magulis, der sich auch gestern um einen Listenplatz bemüht hat, hat in seiner Rede gestern beim Landeskongress gesagt, wir brauchen eine neue Radikalität in unserem politischen Handeln. Wir dürfen jetzt nicht mehr einfach nur zusehen, wie der Kapitalismus tötet. Müssen die Grünen Radikale werden? Nein, im Sinne von konsequenter, und das werde ich tun. Ich werde alle meine Maßnahmen unter dem Blickwinkel des Klimaschutzes treffen. Tötet Kapitalismus? Himmel noch einmal, das ist eine Aussage. Die können wir grundsätzlich diskutieren. Ein Faktum ist definitiv, dass wir auf der einen Seite Wirtschaftsinteressen haben und auf der anderen Seite aber die Chance jetzt ersehen müssen, dass wir der Wirtschaft die Hand reichen. Wir werden es nur gemeinsam schaffen zu investieren in erneuerbare Energien, Elektromobilität, anderes Bauen. Ich möchte, dass zukünftig die Häuser atmen, wenn sie so wollen. Da werden wir die Hand reichen. Aber tötet Kapitalismus, ja oder nein? Tötet Kapitalismus. Martin Margulis ist unser revolutionärer Abgeordneter in der Partei, der es manchmal ein bisschen pointiert auf den Punkt bringt. Ich kann damit jetzt im Augenblick weniger anfangen. Das, was ich sagen kann, ist, die Klimakrise tötet. Wir haben mehr Hitzetote als Verkehrstote gehabt letztes Jahr. Und das werden wir ernst nehmen und vor allem für unsere nächsten Generationen. Die Grünen könnten bei der Nationalratswahl im Herbst den Wiedereinzug in den Nationalrat schaffen. Vielleicht ist sogar eine Koalitionsbeteiligung in Griff weiter. Wäre für Sie eine Koalition mit der ÖVP und der Sebastian Kurz denkbar? Wenn ich an den Herrn Kurz denke, denke ich mir, er sollte einmal was arbeiten. Ich meine, so eine normale Arbeit abseits von Politik, er wirkt schon so abgehoben, wenn ich da an diese Segnungsrituale in der Wiener Stadthalle denke. Ja, aber ist eine Koalition mit ihm denkbar? Momentan fehlt mir die Fantasie dazu. Noch dazu, wenn ich an die ganzen Spendenskandale denke. Jetzt ist es wichtig, dass wir mit Werner Kogler das Thema Klimaschutz wieder in den Nationalrat bringen. Aber 2003 hat die Wiener Landesgruppe ganz kategorisch eine schwarz-grüne Koalition damals abgelehnt. Die ist damals gescheitert wegen der Ablehnung der Wiener Landesgruppe. Also gibt es diese Veto-Drohung jetzt auch von der Wiener Landesgruppe? Jetzt sind einmal die Wähler und Wählerinnen dran. Ich meine das sehr ernst. Wir haben 3,8 Prozent. Wir sind das letzte Mal aus dem Nationalrat geflogen. Jetzt geht es darum. Und ich merke, viele, viele Menschen melden sich bei uns, wollen mitmachen, Klimaschutzgerechtigkeit. Und jetzt geht es darum, die Menschen von grünen Alternativen zu überzeugen mit Werner Kogler. Und da werde auch ich einen Beitrag leisten. Also kein definitives Nein. Aber auch Sie stehen sich einer Wahl, nämlich spätestens nächstes Jahr bei der Gemeinderatswahl, wo Sie Spitzenkandidatin werden. In den letzten zehn Jahren ging es für die Grünen in Wien nur bergab mit jeweils einem Minus. 2005 erreichten Sie 11,8 Prozent. Wie hoch wäre denn die Latte bei der kommenden Gemeinderatswahl? Wir haben jetzt mit der EU-Wahl, da haben so viele Wiener, Wienerinnen und Wiener gewählt wie noch nie, einen guten Schwung, den werden wir mitnehmen. Ich werde in drei Tagen angelobt. Ich muss jetzt einmal den Wiener und Wienerinnen zeigen, dass es mir ernst ist, dass es etwas beitragen möchte an der Lebensqualität unserer wunderbaren Stadt. Und das ist jetzt einmal meine Priorität. Frau Hebern, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Danke auch.